So, hallo Freunde, der NRW über 18 hier. Wie versprochen, heute am Samstag, den zweiten Messetag, für uns jedenfalls, für mich und mein Team, sind wir jetzt hier auf der GameStar und ja, das Treffen war eben, wir haben jetzt 14.50 Uhr. Ich habe ihn getroffen, er ist endlich da, hier neben mir kommt er ins Bild. Das ist der Calvin, alias TheBambusPlayer. Und wie ich finde, er hat etwas richtig Geiles in petto. Nämlich, wenn ihr mal auf seinen wunderschönen Körper schaut und jetzt auch auf seinen, was er jetzt da drunter hält, das ist ein Geschenk für mich gewesen. Er ist so ausgeflippt, ich konnte es kaum fassen. So rennt der hier rum, das muss man sich mal vorstellen. Ich meine, er ist weder der noch, also der macht Werbung, also es ist unglaublich. Ich kann nur vielen, vielen lieben Dank sagen. Und ja, er hat was mitgebracht, nämlich dieses wunderschöne T-Shirt, das hat er mir eben schon gegeben. Dreh mal um, genau, jetzt gibt es es mir nochmal. Das ist die Hinterseite von meinem T-Shirt und seine Hinterseite sieht natürlich, ja, da sieht so aus. Wir machen im Moment ein Let's Play Together, SansRowTheThird, auch sehr zu empfehlen auf meinem und seinem Kanal, in zwei unterschiedlichen Perspektiven. Ich kann nur sagen, es hat sich für mich heute gelohnt, es ist nämlich das Highlight der Messe für mich, den Calvin getroffen zu haben. Das T-Shirt ist das Bonus schlechthin. Ich habe hier eben noch ein Puzzle gekriegt, ein Puzzle-Agent von Astragon. Ich weiß nicht, das ist ein Spiel ab null Jahren, keine Ahnung, was das jetzt auf sich hat. Wir werden mal schauen, vielleicht auch mit dem Calvin zusammen werden wir da spielen. Ja, und auch nicht nur den Calvin habe ich getroffen. Ich habe nämlich auch den Benjamin getroffen. Das ist der Ben, das ist der, wie war nochmal dein Name? Riepegerste. Genau. Und der Calvin? Bambus. Genau, man kennt ihn. So, Calvin hat noch einen mitgebracht, der ist da. Das ist der... Jens. Genau, hat zwar auch einen Account, aber schreibt... Wollt ihr ihn auch noch sagen? Nö, nö. Jetzt kannst du eine Werbung für dich machen. Ich habe keine Uploads mehr, ich bin fast gar nicht mehr aktiv, also... Egal. Gut, also mit null Uploads kann man, glaube ich, auch kein Pferd hinterm Zaun hervorrufen. Ja, ich bin mal gespannt, was es jetzt hier noch für uns zu entdecken gibt. Für mich ist es immer ganz wichtig. Calvin, wie ist die Messe für dich? Gut. Sehr gut. Und für dich? Erschlagend. Ein Stichwort. Diese Aussagen. Und für dich? Ganz interessant, jetzt ist das erste Mal dabei, mal was Neues entdecken, paar gute Stände hier. Auch ein bisschen voll am Anfang, aber ist nur in Ordnung. Okay, jetzt stehe ich hier so richtig geil vor dem Calvin, habe ihn ganz gerade verdeckt, ist egal. Mich würde jetzt mal eins interessieren. Für mich aus Düsseldorf ist es jetzt nicht so weit gewesen, der Weg. Calvin, aus Hannover, hat sich der Weg gelohnt? Auf jeden Fall. Also, ist mal was anderes. Haben wir bei uns natürlich nicht. Und ich habe nicht damit gerechnet, dass es so voll wird. Wir sind teilweise nicht durchgekommen. Und, ja, aber jetzt hat es ordentlich Spaß gemacht und wird hoffentlich noch ein toller Tag. Das will ich auch hoffen. Für dich? Ja, der Weg hat sich gelohnt, hat auch sehr viel Spaß gemacht, auch wenn es voll ist und erschlagend ist. Aber die Eindrücke, die man gewonnen hat, sind super. Na ja, das, denke ich mal, verspricht auf mehr. Für dich? Natürlich. Ja, darf ja nicht fehlen. Ich gehe mal hier rum, bevor ich dem Calvin jetzt wieder vor dem Gesicht stehe. Ja, auf jeden Fall. Das erste Mal bei GameStone gewesen. Das erste Mal in Köln mit Calvin unterwegs. Es lohnt sich auf jeden Fall. Köln ist ein gutes Stichwort. Calvin, für dich als Landei kann man jetzt schon fast sagen, muss man ja fast sagen, denn da, wo du herkommst, da kräht morgens um 6 Uhr noch der Hahn. Wie ist es so? Köln, Großstadt, Dom? Viel haben wir jetzt noch nicht gesehen. Wir sind direkt von Messe Deutz direkt hierher. Haben natürlich nicht viel Zeit gehabt. Müssen heute Abend auch wieder los. Den Dom haben wir einmal gesehen, aber nur aus der Ferne. Und ja, es scheint ganz toll zu sein doch. Gut, ich als Düsseldorfer kann dir jetzt sagen, da hast du nicht viel verpasst. Reingeben braucht er auch nicht. Ist eigentlich eine Dauerbaustelle. Und von daher, na ja. Ich würde sagen, vielen lieben Dank an euch drei. Das ist, das Fantreffen heute ist leider ein bisschen dünn ausgefallen. Ich weiß nicht warum. Ich habe es in die Kommentare geschrieben. Es ist, glaube ich, ein bisschen schwer zu finden. Das werde ich auch noch ein bisschen genauer erläutern in einem Extra-Video. Der Stand der GameStar heißt nicht GameStar-Stand, sondern Gamescom TV in Halle 10.1. Wir sind hier in Halle 11. Das ist hier vorne der Zugang. Links geht es zur Halle 11, rechts geht es zur Halle 10 und 10.1. 10.2, das sind zwei Etagen. 10.1, also runter und dann auf der linken Seite, da ist der Stand der GameStar. Der heißt Gamescom TV. Warum die das so genannt haben, weiß ich leider nicht. Es ist mir im Vorfeld auch nicht genannt worden. Finde ich ein bisschen schade für die Leute, die mich treffen wollten. Ich bin auf jeden Fall da gewesen. Der Calvin kann es bestätigen. Er hat mich da getroffen, genau wie der Ben. Und es tut mir leid für die Leute, die ich leider leider nicht treffen konnte. Die bekommen aber ein Goodie von mir, nämlich wenn ich zu Hause bin, sollen die sich einfach bei mir melden. Ob es Autogrammkarten sind oder irgendwas anderes. Ihr werdet es, soweit es mir möglich ist, von mir bekommen. Und dann kann ich euch einfach nur auf nächstes Jahr vertrösten. Schauen wir mal, ob ich dann auf der Gamescom wieder vertreten bin. Ob hier in Köln oder in Leipzig, das wird sich dann auch noch herausstellen. Und dann schauen wir einfach mal weiter. Wir werden uns jetzt hier versuchen, noch einen schönen, angenehmen, ruhigen Tag zu machen. Und dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Ja, Zuhören brauchen wir jetzt nicht sagen. Das ist so ein Standardspruch. Wir werden jetzt noch vielleicht ein paar Aufnahmen einfangen von der Gamescom. Und dann war es das mit dem Let's Travel. Hier von der Gamescom 2013 in Köln. Wie gesagt, für Fragen, Hinweise etc. Alles in den Kommentaren. Den Kanal von Kelvin. Naja gut, von dir brauche ich jetzt nicht sagen. Von ihm, die Leute, die ich heute hier getroffen habe, werde ich auch vielleicht noch in das Video posten. Und dann war es das von mir. Ich bedanke mich nochmal für euch. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dahin. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. 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 Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal.